Feiern sie ihr Recht in Christus. Jesus Christus sandte etwa 70 Jünger aus, um das Evangelium zu predigen, und er ermächtigte sie, Satan öffentlich zu beschämen, indem er Menschen aus seiner Knechtschaft befreite. Jesus Christus sandte etwa 70 Jünger aus, um das Evangelium zu predigen, und er ermächtigte sie, Satan öffentlich zu beschämen, indem er Menschen aus seiner Knechtschaft befreite. Christus sagte zu seinen Jüngern, siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über alle Macht des Feindes, und nichts wird euch schaden, Lukas 10,19 Die Jünger machten von ihren Rechten Gebrauch, wie sie angewiesen waren, und sie feierten ihre Siege. Lektion, Gläubige, die an Jesus Christus glauben, haben die göttliche Befähigung zu einem bahnbrechenden Zeugnis zur Ehre Gottes. Da Christen die Verheißungen Christi empfangen haben, auf all ihren Wegen zu gedeihen, werden sie in jeder Situation angemessen binden und lockern. Unterdessen ist der wichtigste Aspekt des Christentums das Privileg. Das sie erhalten haben, um das unbesiegbare Evangelium bis ans Ende der Welt zu predigen. Christen werden sich nicht vom Teufel aufhalten lassen, aber sie werden durch den Heiligen Geist wirken, um das Evangelium Christi an fernen und nahen Orten zu verkünden. Ungläubige werden zum wunderbaren Licht Christi kommen und gerettet werden. Daher sollten alle Christen ihre Rechte und Privilegien im Herrn feiern. Wir, Gläubige, sollten alle hinausgehen, um Gottes bemerkenswerte Kraft zu demonstrieren. Die in uns reserviert ist, um Gewinn für sein Reich zu erzielen. Das Gebet, lieber Jesus Christus, ich habe das Glück, an sie geglaubt und sie als meinen persönlichen Erlöser angenommen zu haben. Da ich zu dir gehöre, sind mir alle Rechte und Privilegien geschenkt worden, damit ich gedeihen kann, deshalb bitte ich dich um deine Kraft, dich angemessen zu manifestieren. Ermächtige mich, meine Rechte und Privilegien als Christ einzusetzen, um das Reich der Finsternis auszurotten und deine Güte bis an die Enden der Erde zu verkünden. Lass deinen Heiligen Geist mir Kraft geben und Kraft, dein Evangelium mutig zu verkünden, und lass Zeichen und Wunder meine Dienste begleiten, damit Ungläubige sehen und wissen können, dass Gott gut ist. Ich danke dir, Jesus Christus, denn ich weiß, dass du mehr tun wirst, als ich erbeten habe. Alle, Amen Amen